1, 2, 1 Ist das jetzt die Glee-Mappe in Tag oder wie? Laufen wir nachgelaufen da? Es ist halt einfach die nächste Map Wieder der Neil So, ein besseres Fotoapparat Ah, das TNT habe ich auch noch Dann hilft quasi der Amulett gar nicht bei jedem Geist Bei jedem Viech Na, nur wenn es so weit steht Okay, okay Also bei einem Gold Erste Figur habe ich Ja, schon das ist so ein Hebel, wo es ein Schatz-Symbol da oben hat Komm mal da her Am Anfang Am Anfang Ja, schon wieder Ja, ja, die Mann ja Die ganze Zeit Ja, aber schon das Symbol Es ist anscheinend der Schatz-Dick Ja, ja, es stand immer andere Symbole drauf Aber dann müssen wir halt schon Wenn einer von der Schatzkammer steht, soll der andere da auftun Halt den Hebel mal umlegen, um zu schauen ob es auf geht Ja Da war so eine Truhe, wo normal die Gefäße drin sind Die ist aber leer gewesen Gibt es auch, oder? Habe ich auch schon mal Luft gemacht Ja gar nicht, hat schon jemand anderes geklautet Jetzt schaut aber das Krokodilbecken da ein bisschen anders aus Danke Schatzi Geck, 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 geck Aber jetzt vorne haben wir ordentlich Bonus gekriegt mit EP und Gold Oh fuck Das ist ein Monsterkrokodil Das Albino-Krokodil mit den grünen Augen Mit einem roten, leichteren Augen Ah, ich habe den Schatz gefunden Ich kann den schnell Luft überbringen Ich glaube, wir haben da vielleicht so viel EP gekriegt oder so, weil wir zwei Schatz abgegeben haben Gar nichts gekriegt Du warst ihn alleine genommen, Alter Es ist unglaublich, da ist jetzt schon wieder jemand, wo in meiner Hölle ist Das ist in meiner Hölle Nein, das Krokodil ist von mir Nein Nein Hilfe Hilfe Bitte helfen Sie mir Nein Das Große oder wie? Ja, aber das ist so groß wie der ganze Gang Ja, da liegt so viel Gold am Boden Das ist unglaublich Ja, das scheisse Viecher hat mich ja vorne abgerollt, wo ich jetzt dem Wasser zu nah gekommen bin Ah Hilfe Nein, ich verpasste den ganzen Spass Ah Was sind denn hier, hey? Ja, nicht mehr da Wie komme ich da zurück? Aber eh, ich glaube, der Leben muss man aufgehen Ah Ich habe meine Taschenlampe fallen lassen, vom Lutterschreck Und wenn jetzt daheim an der Tür klopft, machst du dich denn nass oder wie? Ja Ja Ihr lauft mal da rein Ja Ja Gratus durch Ich steppe, die habe 270 Gold dabei Ja, das ist genau Was soll da sein? Nix Ah Boah, das ist ein Geist Okay, Zerstörung 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 Zerstörung, oder wie? Ja, das ist gerade eine Vase, oder was ich gar nicht mehr im Süden Soll ich mal mit dem... Irgend ins Kirchner mit dem Metalldetekt einmal gucken Wann, du zeich die Hilde, oder wie? Ich... Du bist komplett beieinander, ey Du Hure krüppel, dir Verdammte Ja, es staut einfach daheim und... Wartet, dass ich mit dem Medikitz hermahreingang Gehen wir an, da Schahne Siehst du nur wie das Krokodil auch Ja, aber dort hinten wird vermutlich entweder noch mal einen Schatz legen, oder... Das ist gut möglich, ey Für die zweite Figur Da sollte man halt wieder einmal rumgehen, ey Oh, jetzt ablebe! Es ist wie eine Höhlele Aber, Simon Da wo der Durchgang zu der Grabstätte ist, da ist auch ein Hebel und der hat das gleiche Symbol wie die Schatzkammer, oder? Ja, ja, ja Da werden wir mehrere... Ich hab das nicht gesehen, ich hab das nicht gesehen mit den zwei Symbolen, was du da bist Ja, wir müssen da vermutlich alle Hebel gleichzeitig drücken Mann Ja, warum soll es denn sonst mehrere Hebel mit dem gleiche Symbol gehen? Da musst du sicher... Da musst du sicher an jedem Hebel aneinander Da wäre ein Schatz Ja, da steht auch wieder sinnlos umeinander Aber das Krokodil frisst mich gerade Ja, er hat doch mal gerade Danke, Schatz gesehen, weil du weißt noch was zum Naschen gekriegt Ja, ist nicht unglaublich, da steht wieder nur umeinander Ich hab so, Schatz Also, die Taschenlampe flackert den ganz stark, ja Ja, okay, dann können wir das auch Ja Wie hörst du das? Alter, ich bin gerade an einem Monsterkrokodil vorbei Elektromagnetische Störungen, oder sowas Ich bin Archäologe Was? Was war jetzt? Oh, das war jetzt das schlimmste Jumpscare überhaupt Was war? Da ist jetzt gerade so ein Pferdsbrock, hat's aufgesprengt und dann sprengt er so ein Geist raus, ey Wo? Boah 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 Das ist brutal, Gott Kannst du mal die Aufnahmen binden schicken? Ja Ich bin bei den Schatz oben Hast du auch noch mal angefangen, oder wie? Ja Okay, super Boah Boah Ist da ein Hund? Das war nicht mein Hund Boah Boah, jetzt ist bei mir auch so ein Stor explodiert Und der Geist hat irgendwie Hey gesät Okay, aber so ganz schrill, oder? Na, bei mir ist nur so... Ich hab nur so Hey! Gehört, denn ist ein Stor explodiert Echt, oder? Ja Ja, aber... So was hab ich nicht so gehört, der war Ja, das ist brutal Eine Sauerei, eine traurige Boah, krass Ist da nicht irgendwo ein Ektar Plasma oder so? Nein Ich hab mir einen Analstöpsel gefunden, oder wie? Aber die Taschenlampe ist schon ein Stück hell, jetzt Was? Wie? Wie? Wie kann da eine Topfpflanze überleben, da hinten? Wie? Wie triffst du aus Plastik? Nein Da bin ich falsch gewesen, da ist nur... Ach, ein Alligator... Ausser dass da der Ding da explodiert ist, der Stor da Ja, da bin ich falsch gewesen, da ist nur... Ja, dann müssen wir wirklich in der anderen Krokodil kommen dann halt noch Ich hab... ich hab dort schon einen Schatz raus Achso Abgehörschen auch schon, oder? Ja Das ist ein Mausch hier Ja, wir brauchen halt noch Beweise Der... der Geigerzähler hat noch nicht Rausgeschlagen Oder hat da... Der Geigerzähler gab was bei denen ein Pfützen, wenn er Pfützen hinterlasst Nein, auch wenn der Geist an dir vorbeiflügt Metalldetektor auch so Das wäre vielleicht noch interessant, ähm... Hat da noch einen Kompass dabei? Ey, lauf schon die ganze Zippe im Kompass Ah, ok, 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 ja Passt Nein, ne... Oh, der ist aber ganz wild hier Kammerzerstörung hat doppelt Ahok Äh, ich glaube vielleicht muss ich mir noch ein Tablet holen, oder so Hab ich auch dabei Ok, wer ist der Kratzer Die sind nur bei der Särge, oder? Ja Ja, die hab ich aber alle scharpsen Ja Tablet hab ich immer dabei Kammer noch zum schauen Radarerkennung erkennt den Medjay im Inneren des Grabes, wenn er auf dem Radarsystem angezeigt wird Ich glaub das ist erst wenn er sichtbar wird, ne? Ja, aber für was? Aber für was muss man denn den Beweis... Skizzen ja... Skizzen ja als Beweis Ich weiss es... Reanimation hat er auch nicht, Zittern auch nicht Nein, ich drehe nicht mehr nicht mehr Geh nicht mehr nicht mehr Schritte hat er auch keine Nein Ausschlussverfahren ist ein wenig heißer, wenn wir da ins Tragen Wenn ich drei versuche Ja, genau Ja, was hat man bisher? Ja, um Zerstörung Ja, bei... Achso, ja, das ist... Wär mal gut, wenn man mal irgendwo so eine Pfütze hinterlässt, dass ich mal... Ist das nicht noch mal so eine Wand, wo man ausspringen kann? Dann gehen wir mit Nana Ah, jetzt! Der Metalldetektor schlagt da aus, wie verrückt Ich bin da anhocken Da haben wir immer noch zwei Aber ich hoffe es ist nicht wieder der Taimon, hätte den keinen ausstatten Das ist der, der die ganze Talien hier krüchende Viecher da spawnen Ja, der ist eh einfach Der Taimon Dann müssen wir mal aufs Radar schauen Die dritte haben wir nicht gehört, oder so Nichts gehört Uah! Oho! 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 Jetzt ist wieder seine Gestalt auftaucht Ja, aber da... Genau dann müsstest du mit dem Geigerzähler dort stehen Oder mit dem Kompass Ja Also ich bin gerade vorhin mit dem Seismometer Der hat gestanden dort Der hat nicht ausgeschlagen Ja, aber dann muss er wirklich so Geschroren machen oder so eine Schütterung und irgendwas Fragen stellen Wenn dann nicht Ja, wer hat das Ding dabei? Ich weiß nicht, wie das Teil funktioniert Ich weiß auch nicht, was man fragen kann Ich kann es mal holen, aber Ja, Rio Mach dich korrig Ich kann es mal holen, vielleicht Was ist das für Ding? Der Sender Der Sender Das heisst wir mit? Nein Ah, der Sender Der Sender Kann man das? Mit V? Nein, mit Leertaste Hallo? Hallo? Ich schalte es halt noch Ich schalte es halt noch Stelle eine Frage Wie alt bist du? How old are you? Schreib in das Buch How old are you? Are you angry? Bist traurig BURG Are you angry? over Ja, istени Sollen wir raten? Jetzt können wir Seit ewig, nicht verschwenden Wie viele haben wir? Drei haben wir auch gekocht Eins, zwei Zwei Geister sind es 50-50 Warten einmal kurz noch Are you angry? Wähl den Geist aus der Malie überhand Na warte mal schauen wir mal auf die Welchen haben wir jetzt noch übrig Der Atayman und der Necro Blablabla Zerstört Gegenstände durch Planen, Störgräber Radioaktivität Metallische Signaturen Aber ich glaube nicht, dass es der Atayman ist Weil sonst wäre es ja schon so Erbeben gewesen Oder Schritte hätte man gehört Ich sage es ist der Necro Soll ich ihn inloggen? Ja, probier mal Ist das Ausschlussverfahren aber eh Na, natürlich wäre es nicht Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig Als abhauen Dann müssen wir den Hebel finden Ah ja stimmt, fuck Was macht der, der Atayman? Was macht der, der Atayman? Der muss Splendor, das ist der, der die kleinen Schergen auf dem Boden lädt Aber dann habe ich mal zumindest eine Kamera in der Hand Also die Pfütze habe ich gefunden Von dem haben sie eine Schleimpfütze Aber Radio gefischt sie nicht Okay, da vorne ist er Das ist ein feiner Job Ja 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 Hallo, hallo, hallo Ich bin hinter dir Beacht mich Beacht mich Er läuft's euch Ich bin schön ins Gesicht Ich bin glatt mit dir Bitte helfen sie mir Oh na, da kommt mein Croc in Kammer Sonst ist der Hebel da drin Nee, das zeigt Sonst ist der Hebel da drin Oh ja, das kann ich ja richtig sehen, gell Wir finden das Ich sehe dich nicht Ich krisse Wohhh Wohhmm Wohhmm Wohh Fertig Woh flight Well look Uahhhh Ёarth Woh Woh Wow Pfff, forschen? Ja... Ne, bin da gesteinander wie enttäuscht Und du hast das Relikt mitgenommen? Hä? Die zwei Schätze haben wir Ja, wo ist der Grabkammer, das Relikt von hier haben? Ja... Hä, wir haben ja falsch geraten, oder? Wenn wir so sein, oder? Ach so, ja, stimmt Sechs... Fünf... Vier... Zwei... Zwei... Eins... Ich glaube, es hat mich gelöscht Ah, wir haben jetzt wieder das Gold gelootet Ich nicht Wer hat das Relikt, tut das mal hin, oder? Ach so, wir haben sie nicht Naja, aber warum können wir nicht losfahren? Ja, weil das immer nachspawned Ah, Mann Super! Wer hat denn das TNT da reingelegt? Bis den rumgeschleudert hatten, oder so ein schwarzer Krater da ist Ist ja wieder kein Gold Oh, doch, ich kann mich sogar resten Ist ja keiner gestorben, die Runde von uns, oder? Oh... Oh, wir müssen mir helfen, glaube Wir haben nur eine Fackel Ich komm Dann tipp nicht gleich Ich bin jetzt blöd So Hilfe 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 Danke Also Rescue Danke Aber wir müssen dann zu den Fackeln, müssen dann nicht reinsteigen, gell? Wir müssen nur reinlaufen Ich bin vorbeigelaufen und hab sie auch gezündet Okay Alter, da liegt mein Zipfel, da dann meine Eier und da mein Fuß und dann muss man auch nicht reinigen, das kann man den Armand sein Ich bin dann einfach wieder da in der Hand nehmen Das ist so gut Das ist ein Jahr für 4, gente Das ist ein Jahr zu öffern ...? Ich bin dann einfach mal zu Animar Ich kann die Grenzen Ich bin dann auf Fluss Ich bin dann auf Fluss Ich bin dann überflussbare